Jo Leute, viele Grüße aus Omaha. Heute habe ich einen ganz besonderen Partner, den ich euch gerne vorstellen möchte. Eine Partnerschaft klingt schon fast unpassend, denn Lösmich und Roofless Cat kooperieren provisionsfrei. Und weshalb das so ist, seht ihr jetzt. Hallo, wir sind Dennis und Sönke und wir haben mit Lösmich einen wirklich leckeren Instant-Kaffee kreiert. Wir sind sehr glücklich, Partner von Roofless Cat zu sein und spenden 1% unseres gesamten Umsatzes an sein Fundraising für Pencils of Promise. Roofless Cat und wir teilen die Passion zum Radfahren. Die Idee zu Lösmich kam uns auf einer unserer vielen Radtouren, wo wir immer so die herkömmlichen Instant-Kaffees dabei hatten. Nur geschmeckt hat es uns irgendwie immer nie. Und deswegen haben wir in Berlin unseren eigenen Instant-Kaffee entwickelt. Mit der Idee, der Absicht und jetzt der Überzeugung, dass es endlich mal ein Instant-Kaffee ist, der keinen Notenhaber sein muss. Lösmich ist Bio- und Fairtrade zertifiziert. Das war selbstredend für uns. Außerdem könnt ihr auf der Webseite ganz transparent herausfinden, wo unsere Kaffeebohnen herkommen. Lösmich ist ein ganz feines Pulver, kein Granulat, wie ihr es sonst vielleicht kennt. Deshalb sind viele überrascht, dass in so eine kleine Verpackung 15 Tassen reinpassen. Unsere Idee war einfach, dass man einen wirklich guten Kaffee immer und überall trinken kann, egal wo du gerade bist. Aktuell haben wir 5 Sorten bei uns im Shop. Schaut doch gerne mal vorbei und mit dem Code Roofless10 könnt ihr 10% auf die nächste Bestellung sparen. Jetzt aber wirklich genug von uns. Wir sind schon hyped auf die nächste Folge von Roofless Cat und wünschen euch auch viel Spaß. Ciao! Seht ihr den Strommast rechts davon? Alter, den erwischst du gleich. Gleich wird es da knallen. Ich gehe mal lieber aus dem Weg. Ich wollte einfach mal hin, um mich versichern zu lassen, ob das Feuer mich erreichen kann heute Nacht. Aber hier ist eine Straße dazwischen. Ich werde das mal im Auge behalten. Ich habe ja gerade überlegt, ich muss meine Yumyums irgendwie aufkochen. Das wäre auch die perfekte Gelegenheit, da ein bisschen Feuer wegzusnitschen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber es schneit einfach gerade Asche. Ich lege jetzt in meiner Hängebatte. Vom Feuer ist nicht mehr viel zu sehen, es glimmt nur noch ganz leicht im Hintergrund. Mit Notfall habe ich die ganzen wichtigen Dokumente und so zusammengetan, falls es doch hier losgehen sollte, dass ich schnell zum Wasser laufen kann. Yo, was ein Tag, Alter. Es hat so viel, so viel Bock gemacht heute. Es geht morgen, glaube ich, und übermorgen auch nochmal so weiter. In diesem Sinne, gute Nacht und bis morgen. Das Essen ist zwar richtig geil hier, es gibt da einen einzigen Haken. Ich esse morgens, mittags und abends ein und dasselbe Gericht seit fünf Tagen. Glasnudelsuppe mit Tomaten, Glasnudelsuppe ohne Tomaten, Glasnudelsuppe mit vielen Nudeln, Glasnudelsuppe mit Lauch, Glasnudelsuppe mit noch mehr Lauch, Glasnudelsuppe scharf mit Ei, Glasnudelsuppe nicht scharf mit Ei. Ich merke mir der Zeit alles ziemlich gleich, gebe mir aber dafür etwas Salz und Mineralien ab. Denn das Wasser im Verkauf hier ist destilliert und der Grey Filter kommt selten zum Einsatz, da in der Trockenzeit die meisten Flüsse austrocknen. Endlich komme ich langsam aus den Bergen raus und kann ordentlich auf asphaltiertem Untergrund Strecke machen. Ich bin wieder mal an einem richtig geilen Spot angekommen. Zwar nicht weit weg von der Straße, aber am Wasser, das ist mir viel wichtiger. Und schaut mal her, was ich hier entdeckt habe. Hier ist sowas wie ein Feigenbaum. Mich würde es aber jetzt brennend interessieren, ob man das essen kann, weil das liegt hier, wie ihr seht, tonnenweise rum. Überall, direkt über mir. Wirklich, tonnenweise. Alles voll davon. Jut, dann heißt es für mich Camp aufbauen, Hängematte aufhängen und baden gehen. Ja, es war so heiß heute. Die Pappelfeige, auch Buddha-Baum genannt, gehört zur Familie der Maulbergewächse. Ein schnell wachsender Baum, der bis zu 30 Meter hoch werden kann. Laut der buddhistischen Überlieferung erlebte Siddhartha Gautama unter einer Pappelfeige seine Erleuchtung und wurde damit zu Buddha. Der heilige Baum soll das stolze Alter von 3000 Jahren erreichen können und zählt durch seinen extrem schnellen Wachstum in einigen Ländern sogar als invasiv. Guten Morgen. Es ist so arschkalt in der Nacht. Ich kriege erst weggeschlafen am Morgen, wenn es wärmer wird. Ich hab was viel Geileres am Morgen entdeckt. Nummero 5. Ey, das ist mir schon so oft passiert, dass ich mich gar nicht mehr darüber aufregen kann. Ist einfach so, wie es ist. Es ist jetzt einfach nur noch die Nummer 5. Okay, es ist vollbracht. Wir haben halb elf und 37 Grad im Schatten. Und bei den Temperaturen Reifen zu wechseln, boah Alter, ich bin komplett nass geschwitzt. Ich kann nicht direkt ins Wasser gehen. Und es war tatsächlich ein Riss in der Naht. Ja, weil der Schlauch halt scheiße ist. Und ich hab meinen letzten Patch aufgebraucht. Ich hab zwar welche noch dabei, die ich in Vintian gekauft habe. Das sind allerdings Patches für Autoreifen. Das sind richtig fette Dinger. Muss ich gucken, ob das funktioniert. Im Wind ist nass, alles klebt, ist zu heiß. Reifen hält nicht. Luft geht trotzdem raus. Was ein richtig, richtig geiler Start in den Morgen. So Leute, jetzt geht's weiter. Reifenflicken Nummer 6. Das ist das sechste Mal. Hopp, hopp, hopp. Mach Platz. Ihr kleinen Würstlein hier. Weißt du was? Ich mach mir jetzt jedes Mal, wenn ein Platten kommt, einen Witz draus. Und ich werd mir einfach die gute Laune draus erzwingen. Freunde, 30 Kilometer später. Ja, ich hab wieder Luft verloren. Und der Klebstoff will nicht richtig halten. Wir haben 40 Grad, es schmilzt, es will nicht richtig trocknen. Keine Ahnung. Aber ich find das echt traumhaft. Es ist echt ein geiler Tag. Also tatsächlich ist es genau dieselbe Flickstelle von vorhin. Der Klebstoff scheint nicht so richtig geil zu halten. Ich lass das Ganze jetzt mal trocknen und baller da so viel Klebstoff, wie es nur geht und alle möglichen Löcher. Nenne mich naiv, nörgelig oder unvorbereitet. Gleich trifft auch alles irgendwie zu. Der Mantel ist sehr anfällig. Der Kleber hat Probleme richtig auszuhärten bei mehr als 40 Grad in der Sonne. Statistisch gesehen habe ich jeden dritten Tag keine Panne. Ja, du stehst am Morgen auf und weißt, heute werde ich einen Reifen flicken. Und so mache ich es mir zum Alltag. Flicken, Reifendruck im Auge behalten, bei jeder Gelegenheit nachpumpen. Ich mache mich auf zur nächsten Provinz, um dort einzuchecken und in Ruhe all meine Schläuche zu flicken. Die Bereifung zu prüfen und das Rad allgemein zu warten. Glaub mir, an diesem Tag hätte ich lieber draußen übernachtet. Es gibt mir aber die Gelegenheit, bis spät in den Abend am Fahrrad zu arbeiten. Denn hier wird es bereits um 18 Uhr stockfinster. Ich bin jetzt schon unterwegs. Wir haben kurz vor neun. Das Rad ist zusammengerüttelt. Die Schläuche sind geblickt. Ich bin gespannt, wie lange es brauchen wird, bis der erste Schlauch wieder durch sein wird. Aber ey, Alter, ich kann mich überhaupt gar nicht mehr darüber ärgern. Das ist einfach nur noch eine riesengroße Witznummer. So, in diesem Sinne würde ich gerne den heutigen Tag nutzen, um euch aus Gottes Hand und persönlicher Erleuchtung ein paar Tipps mit auf den Weg geben, falls ihr so eine ähnliche Tour starten möchtet. Und fangen wir auch schon gleich mit dem ersten an. Tipp Nummer eins. Besorgt ihr für solche Touren einen pannensicheren Mantel oder rüßt ihr auf Dubless um? Bei mir haben es selbst winzige Drahtstücke durch die Bereifung geschafft. Oh, Alter, so muss ich das anfühlen, wenn man durch die Wüste fährt. Ich sag's euch. Oh, durch Afrika oder sonst wo. Es ist unerträglich heiß. 40 Grad. Die Straßenverhältnisse sind... Werden immer holpriger. Deswegen muss ich ein paar Ablassen, damit mir die Speichen nicht brechen. Boah, ist da Druck drauf, ey. Alles ist trocken. Das wird die nächsten Tage auch noch abgefackelt. Die Bauern machen ihre Acker ready für die Regenzeit. Tipp Nummer zwei. Meide die Trockenzeit bzw. die Burning Season. Ich bin mittendrin und nicht nur der Staub, aber vor allem der viele Rauch. Macht der Lunge ordentlich zu schaffen. Ja, ich bin jetzt nach Mekong angekommen. Traumhaft schön auch da unten. Das Wasser ist sauber. Ich komm da leider nicht runter. Und ich hab eh das Problem, dass mich immer irgendwelche Jugendlichen verfolgen. Deswegen kann ich eigentlich nur ein Lager aufschlagen, wenn ich gerade an keinem vorbeigefahren bin. Nicht irgendwie in der Nähe vom Dorf. Ich meine, die meinen es auch gar nicht böse. Die sind einfach... Die sind einfach interessiert. Aber wenn ich bei 40 Grad irgendwie 100 Kilometer am Tag fahre... Ja, anfangs war es witzig, aber ich sag's euch. Auf Dauer wird das richtig anstrengend. Ich warte, bis es dunkel wird und schlage mich durch ein großes Feld, um sicher zu gehen, dass mich am Morgen keiner findet. Erreiche endlich den ersehnten Mekong, welcher eine natürliche Grenze zwischen Thailand und Laos darstellt und mich von nun an bis runter in den Süden des Landes begleiten wird. Schon komisch, wie ein einziger Fluss, zwei unterschiedliche Welten voneinander trennt. Tipp Nummer 3 Kokoswasser kann bei leichter Dejodivierung helfen. Wenn man jedoch zu viel Kokoswasser trinkt, kann es Durchfall verursachen. Und vielleicht trinke ich etwas zu viel davon. Der Staub kann dich bis an deine Grenzen bringen und ist sehr belastend. Tipp Nummer 4 Pack dir eine sehr gute waschbare Maske ins Gepäck. Nachdem ich jetzt den Schlauch ausgetauscht habe, ist mir aufgefallen, dass hinten der Mantel sich langsam anfängt zu öffnen. Wenn der aufgeht, dann ist alles vorbei. Ich glaube, ich muss eh langsam an eine Alternative umdenken, was passiert, wenn morgen wieder ein Platter ist, was passiert, wenn der Mantel aufgeht. Weil ich glaube, ich muss eine drastische Änderung hier einleiten, wenn ich an mein Ziel ankommen möchte. Und ich werde mich heute nicht weit weg von der Stadt aufhalten, werde das Ganze beobachten, ob da noch Luft drin ist über Nacht, ob der Mantel weiter aufgeht. Und dann werde ich mir bis morgen irgendwas überlegen müssen. Hier ist die Landwirtschaft die Hauptbeschäftigungsquelle. Denn satte 80% der Bevölkerung arbeiten in diesem Sektor. Der Grund dafür ist der Reichtum an natürlichen Ressourcen wie fruchtbarem Boden, reichlich Niederschlägen und tropischem Klima. Es macht das Land ideal für den Anbau einer Vielzahl von Nutzpflanzen. Trotzdem ist das Land zu 50% bewaldet. Es gibt sowohl tropische Regenwälder als auch Monsumwälder. Rund 8% der Wälder werden als Urwald eingestuft. Die beheimateten Raubtiere wie Leopard und Tiger wurden seit 2013 ausgerottet. Laus gehörte zu den 13 Staaten, in denen wild lebende Tiger vorkommen. Vier Tigerarten sind weltweit bereits ausgestorben. So Leute, nicht alles ist so richtig heiß gelaufen. Heute, denn ich habe mir was richtig geiles angeschafft. Ich weiß nicht, wieso ich brauche mindestens 1000 Kilometer auf meinen Touren, bis ich begreife, dass es das Allerwichtigste ist überhaupt. Und zwar richtig geile Schlappen. Tipp Nummer 5, pack dir bequeme Schlappen ein. Guten Morgen, Leute. Und zwar habe ich mir einen Masterplan aufgestellt. Ich hatte gestern noch genug Zeit gehabt, um mir Gedanken darüber zu machen, über die Situation, was ich jetzt nun mit dem Reifen mache. Genau, das ist der, den ich gestern noch mal gewechselt habe. Der verliert wieder Luft. Was aber völlig okay ist. Das nimmt mir, das kann mir überhaupt gar nicht mehr die Laune nehmen irgendwie. Und zwar befinde ich mich momentan nicht weit weg von der thailändischen Grenze. Bridge of Friendship Nummer 2 ist es, glaube ich. Da fahre ich heute hin, werde auf der thailändischen Seite mir Schläuche besorgen, neue Bereifungen besorgen, ein Stück weit durch Thailand fahren und dann durch die Bridge of Friendship Nummer 3 wieder zurück nach Laos. So, das sieht der Plan aus. Vorher aber, damit das Ganze nicht umsonst war, radle ich weiterhin zu den Kalksteinhöhlen, so heißt die, glaube ich, und werde mir das Ganze dort angucken. Also, let's go! Die verborgenen Welten von Laos. Seit tausenden von Jahren dienten die Pak-O-Höhlen, auch Buddha-Höhlen genannt, Gläubigen als Pilgerstätte. Man ließ nach solch einer beschwerlichen Anreise immer eine Buddha-Statue zurück. Etwa 4000 davon sind heute noch zu sehen. Karstberge gibt es in dem Land wie Sand am Meer. Einer der 20 schönsten Plätze in Südostasien befindet sich in Laos, Tam Kong. Eine Kalksteinhöhle, sehr schwer zugänglich, über 7,5 Kilometer lang, bis zu 100 Meter hoch und erst 1920 das erste Mal zu Fuß und per Boot mit Fackeln durchquert worden. Als eine unbekannte Entenfamilie aus der Höhle kam, wusste man, dass es einen Ausgang zur Höhle geben muss. Während des Zweiten Indochina-Krieges wurden 480 Höhlen als Unterschluck im Versteck genutzt. Diese hatten sogar Schulen, Krankenhäuser und andere Annehmlichkeiten. Verrückt, oder? Heute geht es nach Thailand über die Bridge of Friendship. Damit reiße ich mein 45-tägiges Visum auf und kostet mich in etwa einen Tag Umweg. Schon komisch. Auf der anderen Flussseite ist ein Fahrradladen, in dem ich so ziemlich alles kaufen kann. Und in Laos hingegen nicht mal einen Schlauch bekommen. Oh, shit! Achtung, in Thailand ist Linksverkehr. Bereifung wird gegen eine größere und stabilere ausgetauscht. Dann geht es für mich weiter, 100 Kilometer in Richtung Süden, zum nächsten Grenzübergang, zurück nach Laos. Kennt ihr das, wenn bei bestimmten Songs uralte Erinnerungen aktiviert werden? Papa Roach, Alien Ant Farm, Limbiscuit, Korn, Linkin Park. Ich schaue mir die Playlist von Tony Hawk's Pro Skater rein und knall bis in die Nacht rein. Ey, war sein Tag gestern. Ich habe endlich neue Bereifungen. Ich hoffe, der Terror mit dem Schlauchwechsel hat ein Ende. Thailand ist ganz anders. Das ist so heftig. Was ein krasser Kontrast. Man fährt noch ein paar Kilometer weiter über die Grenze. Schon hast du hier alles Mögliche. Du hast hier Kaffee, du hast hier Dunkin Donuts, du hast hier Tubeless. Alter, du kriegst hier alles. In Thailand fühlte ich mich wie aus dem Film gerissen. Es geht über die Grenze zurück nach Laos zu den lieben Bauern. Winzige, zuckersüße Honigmelonen. Dort, wo das Feuer wütet und die Wälder brennen. Wo die Flüsse austrocknen. Wo die Strecke wieder abenteuerlich wird. Wo es täglich mehrmals Suppe gibt. Winzige Provinzen, die zwar nicht viel verkaufen, dafür aber überall das ein oder selbe. Ach, der gute alte Kommunismus. Zurück im Land des Lächelns und der Freundlichkeit. Und ich bin an meinem nächsten Schlafplatz angekommen. Ich sag's euch, Alter, wenn mich irgendwas in die Knie zwingt, dann ist es die Hitze. Ziemlich spannenden Spot entdeckt. Das Lager ist recht interessant. Weil ich hab... Was ausgerutscht. Ich hab nämlich mein Spot über Google Maps, Satellitenansicht, wieder rausgesucht. Und es wurde von Google ein Foto geschossen, als es da noch Wasser gab. Das ist mitten im Dorf. Das ist eigentlich gar nicht so geil. Weil da kommen die ganzen Leute, die ganzen Kitties und so verlangen, verlangen. Und dann wissen die, wo die Bills sind. Und dann wollen die gucken kommen. Aber die waren jetzt recht zurückhaltend. Fand ich recht cool. Da seht ihr Kühe. Ein kleiner Strandabschnitt. Und das letzte bisschen Wasser, was übrig ist. Ja, dann würde ich sagen, abkühlen. Sachen abwaschen. Noch ein Liter Wasser abziehen. Und dann ist schon in einer halben Stunde hier stockfinster. Es wird so schnell dunkel hier. In den Ebenen wird in der Regenzeit viel Reis angebaut. Jetzt in der Trockenzeit liegen die Felder brach. Flüsse trocknen aus. Temperaturen steigen auf über 40 Grad. Das Wasser fühlt sich mehr an, wie eine warme Badewanne. Tipp Nummer 6. Leute, das hatten wir bereits. Kokoswasser kann ernsthaft einen Durchfall verursachen. Oder du trinkst es einfach trotzdem weiter. Ist das geil. Ich lasse mich einfach eine halbe Stunde lang vom Traktor ziehen. Ist das geil. Ich liebe es. So, Leute. Auf dem Weg nach Paxé oder Paxang oder wie auch immer, habe ich mich umentschieden, nicht in die Stadt zu fahren, weil ich wollte heute eigentlich einchecken. Ja, so ein bisschen Stimmung tanken. Und habe mich dafür entschieden, einen Seitenweg zu nehmen. Und zwar in Richtung Wasserfälle. Dann wäre ich morgen quasi dort. Und als ein kleines Dankeschön, da kriege ich einfach mal die Nummer 11 kassiert. Ich kann mich langsam nicht mehr bei Laune halten. Ich kann auch meine Emotionen nicht zurückhalten. Aber das bricht, das greift mich gerade echt auseinander. Dieses Losfahren, morgens aufstehen und nicht diese Sicherheit haben, dass man abends irgendwo ankommen wird. Jeden Tag muss ich irgendwie spontan umplanen, umgestalten. Ich kann das hier gar nicht genießen. So irgendwie geil am See das Lager aufschlagen, weil ich komme da meistens nicht an. Weil immer irgendwas passiert. Mich bricht das Wetter auseinander. Jeden Tag 40 Grad. Ich schwitze mir einen ab. Ich habe immer Kreislauf, Alter, täglich. Zum anderen die Leute hier. Die sind zwar ultra geil, sehr hilfsbereit. Aber morgens irgendwie von denen geweckt zu werden, oder hier, jetzt bleiben die einfach dahinter wahrscheinlich stehen. Keine Ahnung, ich drehe mich jetzt nicht um. Gucken mir zu. Gucken mir zu, wie ich esse. Gucken mir zu, wie ich trinke. Gucken mir zu, wie ich einen Schlauch wechsle. Starren mich an. Rufen mir zu. Zeigen mit dem Finger auf mich. Morgens heute zum Beispiel, wo ich wach war, weil irgendwie Kinder da waren und geschrien haben, verlangen, verlangen, verlangen. Ich kann das Wort auch nicht mehr hören. Es kostet mich immer morgens ein bisschen Zeit, bis ich an einem Punkt bin, wo ich das einfach ignorieren kann. Einfach Kopfhörer rein, Musik laufen lassen, dann komme ich irgendwie in Stimmung. Und dann ist geil, heute kam ich auch irgendwie in Stimmung und dann kriege ich halt einen Platten. Ich sage es euch, wie es ist, Alter. Ich war jetzt auf dem Weg zu irgendwelchen Wasserfällen. Ich fahre jetzt komplett auf die, ich fahre jetzt zurück nach Paxé oder wie die Stadt heißt. Werde dort einchecken und überlegen, wie die Fahrt weitergeht. Ich habe heute wieder zwei Schläuche verbraucht. Ein, äh, ich weiß noch nicht, also sieht es so aus, als ob der dritte Schlauch auch Luft verliert. Auf jeden Fall, ich habe die, die, die auch komplett satt, ehrlich. Das kann mir auch jeder nachvollziehen, der, das ist jetzt, ich habe jetzt 13 Mal einfach einen Schlauch gewechselt. Das musste ja auch mal geben. Es wird irgendwann anstrengend, das geht auf die Psyche. Am Anfang war das halt ganz witzig, man winkt jedem zu, also wirklich absolut jedem. Aber wenn das halt jeden Tag über Wochen geht, dann irgendwann ist deine Psyche einfach komplett zermürbt. Ja, aber ansonsten geht es mir gut. Ich bin gesund, ich bin ein gesunder Mensch. Ich kann laufen, ich kann gehen. Ich, äh, ich werde morgen nicht drauf gehen, wahrscheinlich. Ich habe den heutigen Tag überlebt, deswegen bin ich dankbar dafür. Aber, ganz, aber ich muss auch dazu sagen, aus Situationen wie heute, da lernst du halt Leute kennen, wie, äh, wie eben, habe mich einfach so zwei Jugendliche ins nächste Dorf gebracht und dort in die Werkstatt haben wir dann Reifen gepflegt und aufgepumpt. Auch geil, Alter. Ich habe eben einfach mal ein Tausender, ne, Hunderttausender in die Hand gedrückt. Das sind umgerechnet, keine Ahnung, 20 Euro oder so. Die wollten das gar nicht annehmen. Ich habe sie einfach mit Gewalt in die Hand reingedrückt. Es ist nicht selbstverständlich. Ich fahre jetzt einfach nach Park C. So heißt es, glaube ich, ich blende es unten ein, wenn es falsch ausgesprochen war. Alright, Leute. Ich werde wahrscheinlich heute wieder in die Nacht reinfahren. Leute, es ist nicht die Nordkarpreise. Das sollte mittlerweile jedem klar sein. Eine emotionale Achterbahn. Heute bin ich an einem Punkt, an dem ich langsam akzeptiere, dass ich mit dem Rad einfach nicht mehr weiterfahren kann. Mit dem Rad durch die Welt ist nicht immer Sonnenschein und Regenbogen. Und ich zeige euch auch die Kehrseite der Medaille. Alter, ich werde hier verrückt. Ohne Scheiß. Ich werde hier zum Psycho, Alter. Einfach ein Lost Place entdeckt. Seit heute Morgen kicken die Symptome ein. Kopfschmerzen, Übelkeit.